Der heiligen Kranichstein, der Bahnsteig ist hundertprozentig noch nie mit einem Unfall gewesen, weil man steht erstmal bestimmt fünf bis zehn Minuten, bevor überhaupt Zug kommt. Und dann fährt ein Zug durch und was ist dann? Dann wartet er nochmal so fünf Minuten, bis er die Schranke öffnet. Dass der Zug auch ja weit genug weg ist. Also der sicherste Bahnsteig Deutschlands, Bahnübergang, ist der echte Oberhammer.